Herzlich Willkommen liebe Kryptofreunde und Mining Enthusiasten. Heute ein ganz spannendes Video, ein Staking Video, wie du Puttinkoins staken kannst. Puttinkoins zu staken ist keine große Wissenschaft. Ich muss sagen, das ist wirklich eine extrem einfache Geschichte, aber trotzdem gibt es hierzu eine Videoanleitung. Warum? Weil das Staking ist essentiell, um einen hohen Spotmarktpreis zu erreichen, weil nämlich die Liquidität natürlich an den Börsen sehr gering ist, wenn du zu Hause auf deinem Desktop-Wallet im Hintergrund das Staking betreibst. Des Weiteren ist das Staking ja auch sehr wichtig, um Satoshis Vision zu bestätigen. Das heißt, Staking ist ja so gesehen, wie es Puttinkoins betreibt. Das heißt, es gibt keine Masternodes. Sehr interessant, weil da schon ein wenig in Richtung das Mining kommt. Natürlich, es sind keine komplizierten Hash-Algorithmen, also so extrem komplizierte Hash-Algorithmen im Hintergrund am Start, aber darum geht es jetzt nicht. Hier geht es darum, ich sehe sehr wohl, Satoshis Vision in dieser Art und Weise von Staking bestätigt, wie es der Puttinkoin mit seinem QT-Wallet als Desktop-Version anbietet. So, jetzt schauen wir uns schnell einmal gemeinsam das an, dass das keine große Challenge ist. Und des Weiteren für die Tollen unter euch, die was bereit sind, einen Private Key zu hacken, das zeige ich euch heute auch in diesem Video, wie es du auf deinem Wallet einen Private Key entdecken kannst, dass es ganz wichtig ist, diesen Private Key darfst du mit keinen Titeln, aber wenn du diesen Private Key hast, hast du den kompletten Zugang und bist per se nicht mehr abhängig von irgendeiner Infrastruktur, weil der Private Key und deine Wallet-Adresse sind absolut ausreichend in der Blockchain-Technologie, dass du wieder deine Dateien quasi über der Blockchain auslesen kannst. Das heißt, du musst da nicht irgendwelche großartigen Thresher- oder Nano-Ledger-Geschichten oder deine Wallet-Adresse irgendwo obszön herumspeichern. Wenn du die Muse hast, diese extrem langen Zahlen zum Einfügen, kannst du über ein QT-Wallet im Fallen von Puttinkoin wieder deine Dateien wiederherstellen. Gut, jetzt gehen wir es mal schön langsam gemeinsam an. Du findest zwar den Puttinkoin auf meiner Homepage unter Mr. Mining bei den Coins. Du kannst hier Putin einfügen, er wird dir nochmal vorgeschlagen. Das funktioniert ja alles so toll, also da sind wir relativ stolz drauf, dass wir auch den Puttinkoin euch schon zeigen können. Also die Werte, alles perfekt, das ist wirklich synchronisiert, da sind wir stolz drauf. Wo wir nicht drauf stolz sind, das sind die Volumendaten. Wir kaufen diese Messdaten zu und unser Anbieter leider ist da nicht ganz so tough drauf wie Coingego. So, ansonsten ist das schon recht brauchbar, was unsere Homepage da im Punkt der Krypto-Asset-Market-Preise am Start hat. Aber da muss ich leider jetzt zum Mitbewerb verweisen. Wir werden uns da Mühe geben, dass wir da besser werden, aber alles geht nicht zugleich. Ich glaube, wenn wir dann einmal 50.000 Abonnenten innehaben, dann wird auch der Mr. Mining seine Homepage um einiges besser abgedatet sein. Aber für das erste Mal sind wir recht stolz, dass wir wenigstens Puttinkoins auf unseren Assets euch darstellen können. Am einfachsten geht es, wenn du es in Google in der Suchleiste nicht findest. Du gehst auf Puttinkoins auf Coingego bzw. das Kürzel Putt. Hier hast du den direkten Link zu der Puttinkoins Homepage. Dann gehst du in der Rubrik Wallets rein. Und das war es schon. Hier ist das Windows Wallet. Dieses lädst du dir down. Und das coole ist bei diesem Wallet, du kannst es theoretisch direkt aus dem Zip heraus starten. Ich empfehle es dir, empacke es auf deinen Rechner. Du musst das nicht weiter installieren. Das ist eine Exit-Datei und von dort weg kannst du schon losstarten. Weiters ist ja zum Thema Stacking und Wallet hier eine sehr schöne Bildanleitung drauf. Dieses Download Stacking Wallet ist nur ein Link, dass du wieder dort hinkommst. Im Prinzip versuche ich euch heute nichts anderes wie diese Bildanleitung euch da noch einmal via Video zu zeigen. Es ist keine großartige, tricky Geschichte. Und dementsprechend bin ich da sehr begeistert. Das muss ich eines sagen. Diese Stacking-Geschichte ist wirklich mit Abstand das Einfachste, was ich bis dato entdecken durfte. So, das ist mein Ordner, wo ich die putincoin-qd.exe, diese WinRAR-Datei abgelegt habe. Ich habe sie hier entpackt. Das ist mein Pfad, was ich gewählt habe. Du hast sie natürlich bei dir in der Download-Section. Aber wichtig ist, also ich würde es dir empfehlen, dass du diese Datei in einen eigenen Ordner entpackst. Dann hast du es dann so wie hier oben und das war es schon. Das ist putincoin-qd. Das ist eine Exit-Datei. Da würde ich dir empfehlen, dass du eine Verknüpfung machst. Also eine Verknüpfung erstellst. So, wenn du die Putin-Coin-Wallet bei dir dann geöffnet hast, ist natürlich hier wahrscheinlich, logischerweise, sind da null Putins zu sehen. Da hast du natürlich dann auch keine Transaktionen. Dann geht es einmal darum, als erstes nicht wundern, da unten hast du einen richtig großen, dicken Balken. Das heißt, das wird rund einen Dreiviertel-Tag dauern, bis du dir die ganze Putin-Coin-Blockchain runtergeladen hast. Also dieser Balken muss einmal komplett alles downgeloadet haben von der Blockchain, bis du dann im Prinzip da die ganzen Verbindungen hast. Da steht dann keine Feldanwendung mehr. Das heißt, er hat alles aufgeholt. Bei dir wird dieser grüne Pfeil noch nach unten stehen. Das heißt, das ist ein blauer Pfeil, weil bei mir ist das Staking schon aktiv, weil ich das alles eingestellt habe und auch natürlich die ganze Blockchain verbunden ist. Hier siehst du gerade dann, wie viele aktive Verbindungen mit dem Putin-Coin-Metzwerk sind. Ich habe hier elf Stück, das ist dann schon sehr gut. Und das ist ja im Prinzip ja das, was dieses Ganze ein wenig wie das bei IOTA ist, macht. Das heißt, Putin-Coin ist so programmiert, dass das nicht alles direkte, zentrale Verbindungen sind, sondern dass sie untereinander sich dezentral aufbauen. Also du musst jetzt bei dir nicht per se unbedingt dann elf Verbindungen haben. Das kann sein, dass es nur fünf Verbindungen sind, das ist ausreichend, aber das ist ja die Infrastruktur-Idee dahinter auch bei Putin-Coin. Bei dir wird wahrscheinlich das auch noch offen sein, weil du dein Wallet nicht zusätzlich verschlüsselt hast. Das ist dir eine sehr wichtige Empfehlung, was ich dir sofort empfehle, dass du das Wallet auch einer Passphrase initiierst. Hier gibst du deine Passphrase ein, aber Achtung, Achtung, schreib dir das auf, weil wenn du diese Passphrase vergisst und nicht, sagen wir mal so, hast du dein Private Key vorher ausgelesen, alles kein Stress, nur du kannst mehrere Wallets anlegen, dementsprechend ist es für dich als Neuankömmling mal wichtig, dass du dein Wallet schützt, dass du diese Passphrase eingibst, und die schreibst du bitte auf den Zettel auf, weil wenn du jetzt diese Passphrase vergisst, kann dir niemand helfen, dass du deine Wallet wiederherstellen kannst. Natürlich mit dem Private Key, den wir sie euch heute zeige, ist die Passphrase jetzt nicht essentiell, weil beim Private Key hast du immer Zugang, aber nur der Private Key gilt nur für dieses Wallet, und du kannst theoretisch hier mehrere Wallets anlegen, zu den Komma noch. Gut, also, die Passphrase hinterlegen, das heißt, du gibst dir dein neues Passwort ein, ich habe da natürlich schon mein Passwort, mein kompliziertes, deswegen ist hier das Ganze entsperrt, das machst du dann, dann gehst du auf Coins empfangen, du hast am Anfang ja nur eine Adresse, möchtest du neue Adressen machen, dann gibst du her für User, jetzt habe ich da eine neue Adresse gemacht, und das wollte ich vorher sagen, du hast diesen Private Key ja nur pro Adresse, und für diese Adresse zeige ich euch heute den Private Key, damit ihr das hacken könnt. Punkt 1, ihr habt mir mal einen Gegenwert von mindestens 30 Dollar gestohlen, das ist soweit okay, mir geht es darum, dass die User da draußen das auch verstehen, um diesen ganzen Desktop Wallet Geschichten, dass das sehr wichtig ist, damit hat die Krypto Geschichte seinerzeit bei Bitcoin begonnen, man hat über diese Wallet seinerzeit noch Bitcoin schürfen können, da hat man auch keine ASIC Miner gebraucht, das was ihr da mehr oder weniger seht, ist die Mutter der ganzen Krypto Industrie, also die UED, auch wie der Bitcoin entstanden ist, und deswegen muss ich sagen, hat der Putin Coin das auch sehr tapfer und super gelöst, und ich muss schon sagen, da ist das eigentlich ja nicht so weit hergeholt, dass man sagt, das Staking, wie es hier vollzogen wird, das macht dann im Zuge der kryptografischen Funktionen dann sehr wohl Sinn. Gut, also, Private Key, gehen wir jetzt mal von diesem Wallet auslesen. Damit du da reinkommst, musst du in das Tabak-Debug-Fenster, hier steht sauber geschrieben, wir sind in der Konsole gelandet, du gibst hier Help ein, da hast du alle Befehle, die du brauchst, Achtung, Achtung, diesen Private Key musst du nicht auslesen, wenn du nur Staking möchtest, das ist eine Zusatzinformation, die was ich aber finde, die was sehr essentiell ist. Hier haben wir schon diesen tollen Befehl, Dump Private Key, den geben wir jetzt da ein, Paste, und dahinter geben wir jetzt diese Wallet-Adresse ein, die was ihr lieben YouTuber hacken dürft. Da brauchen wir noch eine Leerstelle, jetzt geben wir noch Enter ein, so liebe YouTuber und Hackerfreunde da draußen, von dieser Wallet-Adresse ist das der Private Key, und der, was es da draußen technisch umsetzen kann, kann mir jetzt die 100.000 Putin-Coins flauchen, das ist soweit in Ordnung, weil wenn man das verstanden hat, dann kann man sich schon als Blockchain-Experte heute bezeichnen, weil das ist im Prinzip die essentielle Idee rund um der ganzen Blockchain-Technologie. Gut, das habe ich euch auf der Reise mitgegeben, und wenn du diese zwei Sachen hast, also deine Wallet-Adresse und dein Private Key, dann bist du mehr oder weniger Chef deiner Sache, wenn du das aus dem Blatt Papier ausgedruckt hast, brauchst du keine Wallet-Ad sichern und, 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 natürlich ist es viel komfortabler mit der Wallet-Ad, weil das sind doch sehr, sage ich mal, wirkliche Hieroglyphen, die was man rüberschreiben muss, nur zusätzlich, man kann auch die ganze kryptografische Geschichte auch als Papierform umsetzen. Gut, aber das war jetzt nur, dass du mir diese 100.000 Putins knacken kannst, ich zeige sie dir noch, dass sie wirklich da sind. Ich habe den Explorer geöffnet, ihr seht es, hier sind 100.000 Puttel deponiert, da ist die gleiche Wallet-Adresse, das ist das coole an der ganzen Blockchain-Technologie, jeder kann nachschauen und kann das prüfen, da habe ich sie für euch deponiert, ich habe euch vorher gezeigt, wie ich zu diesem Private Key von diesem Wallet gekommen bin, das habe ich euch aber nur gezeigt, damit ihr dieses ganze Krypto-Ökosystem besser versteht, und dass hier Puttinkoin natürlich genauso eine coole Antwort geliefert hat, das funktioniert natürlich auch bei allen anderen Core-Wallet-Lösungen, aber mir ist es mal wichtig, dass die User da draußen auch ein wenig etwas verstehen lernen. Und dann gibt es auch nicht die Geschichte, oh um Gottes Willen, ich komme nicht mehr rein in mein Wallet und und und. Du brauchst theoretisch diese ganzen Thresher, Nano-S und Ledger-Geschichten nicht, wenn du das System ein wenig verstanden hast, dann bringst du mehr oder weniger her deinen eigenen Dingen und vor allem macht es ja auch Spaß, wenn man die ganze Geschichte rund um Blockchain besser verstehen lernt. Aber jetzt geht es zurück zu unserer Stacking-Geschichte, das heißt, ich mache das einmal kleiner. Wir sind jetzt zurück, und da musst du jetzt nur mal in der Konfiguration ein paar Einstellungen machen. Starte Puttinkoin bei Systemstart. Bei Netzwerk brauchst du nichts angreifen, beim Programmfenster diese zwei Häckerchen musst du setzen, und bei der Anzeige, das musst du jetzt nicht machen, diese Coin-Control-Feature nur Experten, und das andere bitte herkelst du an. Also das ist für dich jetzt nicht so wichtig. Und da jetzt beim Programmfenster, das zeige ich euch jetzt da, warum die zwei Sachen wichtig sind, weil wenn das Stacking dann am Laufen ist, du ja das Wallet 24 Stunden online laufen lassen musst, und wenn ich jetzt hier zumache, verschwindet das Wallet, und ich finde es nicht mehr in meiner Taskleiste. Taskleiste, meine Taskleiste ist hier ausgeblendet, damit es nicht beim Video stört, aber der Tricky Schmäh, das habe ich auch nicht gewusst, da unten rechts, wo ich jetzt mit der Maus bin, dort ist ein kleines Häckerchen beim Windows, und wenn du da dann raufklickst und aufblätterst, findest du die ganzen Programme, was im Hintergrund laufen. Und das ist essentiell, und da hat sich dann dein Putin-Coin im Hintergrund versteckt. Gut, so blöde es klingt, liebe Freunde, am Ende der Tage, das ist alles, wenn sich der Putin-Coin, also deine QD-Wallet, mit der Blockchain komplett synchronisiert hat, von Putin-Coin, dann ist die Geschichte am Laufen, natürlich, du musst Coins einzahlen, und was auch sehr cool ist bei dem Ganzen, wenn du dann Coins überwiesen hast, das habe ich vorher vergessen, dann nimmst du halt diese Adresse, die erstbeste, was dir vorgeschlagen wird, es ist bei Putin-Coin, egal wie viele Coins du inne hast, du bekommst für alle Coins Staking Rewards, du brauchst kein Kollateral, das finde ich eine Bombenantwort, natürlich, klar, hast du kleine Mengen an Coins, wirst du natürlich im Verhältnis nicht so viel bekommen, trotzdem, das ist ein fairer Deal, dass man hier im Prinzip jedem die Chance gibt, mitzumachen beim Staking, das finde ich sehr gut gelöst. Das heißt, du machst, sendest dir dann halt von einer Börse, wo du die Coins angekauft hast, die Coins hier auf dein Desktop-Wallet, lass diese Geschichte 24 Stunden laufen, wenn du da oben bei Einstellungen eben das mit diesen Häckerchen richtig gemacht hast, dass das am Laufen ist, dann ist alles gut, du minimierst das Ganze, es lauft im Hintergrund dann, du findest da rechts unten bei Windows das unter den Häckerchen, und das, was auch noch ein wenig wichtig ist, ich habe jetzt gerade absichtlich mein Wallet gesperrt, weil beim Staking muss das ja entsperren und dort hast du noch bei Einstellungen die Funktion Wallet entsperren und hier musst du das nur zum Staking entsperren eingeben, dann gibst du eine Passphrase ein, dann lauft es im Hintergrund am Start, weil nämlich, wenn dein Wallet beim Staking nicht entsperrt ist, dann geht da nichts, dann steckt da die ganze Sache nicht. Zu den Reifeprozess, beim Putin dauert es, wenn die Blockchain fixfertig synchronisiert ist, da die ganzen Verbindungen online sind, dein Wallet entsperrt ist, dauert es circa 8 Stunden, bis die ersten Coins reifen, ich zeige euch mal da, wie das es ungefähr ausschaut, unter der Aktion Transaktionen, kann man das dann aufmachen, also die, 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 und das schaut dann bei dir dann so toll aus, wie bei diesem Mining Symbol, das finde ich sehr fair gemacht, also sehr nett gemacht, ja, und das im Prinzip ist es, ich habe natürlich hier einige Millionen Putin Coins am Start, da geht schon ganz schön was weiter beim Staking, lasse dich da jetzt nicht von meinen Riesenzahlen irgendwie beeindrucken, das ist völlig normal, wir sind jetzt rund 6 Leute, was da gemeinsam hier auf diesen Rechners decken, weil es einfach Spaß macht, wenn da eine Maschine am Laufen ist, und jetzt geht es dann auch noch zu der Geschichte, dass man meine Maschine findet, du gehst auf der Website, whatismyipadress.com, hier wird dein Rechner die aktuelle IP-Adresse ausgelesen, weil dann ist das nicht so eine Wissenschaft, da selber irgendwo über die Einstellung über Windows das zu machen, du kannst diese IP-Adresse ruhig verwenden, ich habe ja keinen fixen Anschluss, und das ist auch das coole bei dieser Variante von dem Putin Coins Staking, dass ich da, weil ich habe einen Internet-GSM-Router, dass sich ja alle 24 Stunden sich bei mir die IP-Adresse verändert, weil ich keine Statik-IP habe, und das ist das coole, der Putin Coins braucht keine Statik-IP, wie es beim Masternode Staking der Fall ist, dementsprechend kannst du, egal mit was für ein Internetanschluss du zu Hause hast, sofort damit ein Staking beginnen. Ich habe da meine IP-Adresse kopiert, und ich bin beim Putin Coin Explorer, gehe da in der Rubrik Network rein, das ist ja der normale Explorer, wo du eben die Coins und die ganzen Hashes von den Blöcken siehst, wo auch du den Hash siehst für meinen 100.000 Putterl, also Putin Coin, die was ich mir da von euch abzocken lasse, beziehungsweise bestellen lasse, und hier gehst du auf die Rubrik Network, und das ist eben jetzt wichtig, dass dieses Netzwerk wächst, hier kann man dann, es dauert leider bei mir, meine Internetverbindung ist ein wenig lahm, Kastler offen habe, hier haben wir auch die essentiellen Daten, die was auch die ganzen Kryptobörsen brauchen, den Coin Supply, es gibt ja 90 Milliarden Stück Putin Coin, 20,5 Milliarden Stück sind schon abgebaut, wobei, wenn man sich das jetzt relativ anschaut, ja die Supply Menge trotz allem zur Zeit sehr gering ist, und deswegen für einen hohen Spot Kurs ist es sehr essentiell, dass sehr viele Leute beim Stacking mitwirken. Ich haue jetzt hier meine IP Adresse rein, es ist immer sehr lustig, dass man ziemlich weit am Ende dabei ist, hier bitte nicht wundern, ich habe mich gefunden, das ist momentan meine IP Adresse, wie gesagt, das ist ja keine statische IP, die ändert sich die ganze Zeit, und jetzt schauen wir noch zur Übersicht jetzt da im Explorer, wie weit wir Diversifizierungen haben weltweit, und da muss ich sagen, ist Putin Coin zur Zeit schon eine Bomben Geschichte. Wir haben jetzt 83 Server, die was gerade online sind, das ist nicht so schlecht, und hier ist einfach ein Zeichen, je mehr wir da schaffen im Stacking Bereich, dass da die Leute mitwirken, desto eher ist natürlich dann eine Liquiditätsschwäche auf den Börsen, und das ist eben wichtig, dass dann einiges abgeht auf den Börsen, zwecks der Spot Market Geschichte. Chains.cryptoid.info, den Putin Coin im Netzwerk eingegeben, wir sind jetzt gerade den letzten Hash auf der Suche, da ist jetzt gerade noch unterwegs der Hash, Ja, man soll es nicht glauben, hier habe ich die Geolocation über den Explorer dann aufgeladen, über den letzten Hash, damit wir sehen, wie die ganze Geschichte aufgeteilt ist, und alles was grün markiert ist, United State of America hat schon 6,6% der Rechner inne, die russische Föderation 11%, und man sieht es hier beim Kuchen, am meisten Sticky Geschichten laufen zur Zeit in Deutschland, und das ist eigentlich aber ein sehr positives Zeichen, wenn man sich schaut, Putin Coin hat eine sehr hohe Diversifizierung, was einfach ein hohes Maß auch an Sicherheit darstellt für das Netzwerk. Also seid so schlau, liebe Freunde, seid so schlau, liebe Freunde, macht es damit, dass hier einfach noch mehr als 83 Verbindungen entstehen, ihr braucht einen Windows Rechner daheim, ein Core Wallet, dann habt ihr auch im Prinzip, seid ihr Herr der Dinge, ihr braucht keine Börsen, und wenn sehr viele Menschen da mitmachen, Punkt 1 bei der Sticky Geschichte, wird das Netzwerk sicherer, und es laufen auch die Transaktionen schneller vonstatten, und viel wichtiger, mit dieser Möglichkeit ist eine Liquiditätsengpassmäßigkeit, eine Liquiditätsengpassmäßigkeit an den Börsen vorhanden, und dann natürlich, wir haben einen riesen Spaß haben, mit diesem richtig großen fetten Telegram Kanal, dass da Putin Coin gemeinsam mit uns ein wenig durch die Decke geht. Ich hoffe, ich habe euch heute ein wenig helfen können, dass mit ihr das Ganze ein wenig besser versteht, wie das mit diesen ganzen Core, sprich Desktop Wallets, vonstatten geht. Hier in diesem Fall war das eine super einfache Geschichte, rund um den Stacking. Für diejenigen, wie das Video zu lange war, mir ist da heute darum gegangen, dass man doch sehr viele Sachen verstehen lernt, weil auch wenn immer meine Videos zu lange sind, wenn ich das so anschaue, rund um den Thema Wallet, ist die ganze Sache dann ganz schnell mal einigermaßen ruhig, da haben dann sehr viele Leute keinen Plan, warum es geht. Gut, habt viel Spaß und macht es ein wenig mit und helft es Putin Coin groß zu werden, indem wir gemeinsam hodeln und über diesen hodeln natürlich ein Stacking betreiben und damit es schaffen, die Spotpreise auf der Börse in die Höhe zu treiben. Gut, habt viel Spaß, euer Mr. Manning. Tschüss, Baba. Baba.